so halli hallo und herzlich willkommen und willkommen zurück auch an die bundfluganstalt in deutschland ist auch in der schweiz es geht wieder in den wilden westen computer licht aus es geht wieder in den westen zusammen mit alexa und mit der wunderherrlichsten stimme aus dem off und der treuesten und besten begleitreiterin die man sich nur vorallt eine sehr leise stimme ist der worauf ich betone es nochmal heute weil stimme gerade nicht schaden wie man auch an dem 10. hüsten hörte hörte das lager ist da Oh, ich habe gerade das über den Haufen gekriegt. Es mag es sein. Ach, ich habe sie vorgelebt. Okay. Also ich würde eigentlich nur in den Moderationen nicht dazu sehen, dass die zwei Füße damit auch geschehen. Ah, okay. Passt das ja. Oh, okay. 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 Such haben wir als Erre comics. Ach, okay. Oh nein, es wird doch da mal ein Fussspiel durchgeführt oder so, aber es wird weg. I don't know. Ich nehme dich mit. Oh, ich nehme dich mit. Oder auch nicht. Wenn du angeben, er ist mit 5000 Kilometer reich, weil ich selber schulde. Irgendwie ist es rauf, entstrengend übrigens nur jetzt runter. Oder? Weiß auch nicht. 5 Grad entstrengend. Und ich komme entgegen. Oh shit. Oh. Oh. Direkt. Hoppla. Oh sorry, weak shot. Das ist ein gutes Video. Nein, das ist schon das Lager. Das ist direkt vom Lager aus. Cool, ey. Das ist besser als nichts. Okay, Ben. No comment. Direkt Versorgung ist ein bisschen starten. Wenn du abläufst. Ach so. B. I see, I see, I see, I see, see. In your own time. B. 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 Es ist Uhhh Po, oder so. Es ist ja weit weg. Da kann ich nicht alles ohne Zerröte oder bütisch. Was ist ein Blubi-Pair? ACH KOMM SCHON WOOOOO Das ist ja okay, ich brauche Du sollst ja in dem Momenten zukommen Nee, das ist... Ne, das hätte noch vorbei gereicht und das fährt nicht so drüber. Jetzt schießt die Säule drüber. Doch. Nein, nein. 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 Aber das war das schon. Eigentlich nicht. Und jetzt fährt er eine Kräfte. Und jetzt fährt er eine Kräfte. Und jetzt fährt er eine Kräfte. Ne, ich schieße mich auch nicht. Ich schieße mich. Was ist das? Ich habe mich nicht mehr gesehen, aber ich habe mich nicht mehr gesehen. Hm? Oh, Bison! Bison für dich! Noch eins! Oh, Besuch! Komm in sein Lager und mitten im Sumpf aufbauen! Völlig gescheuert! Tch! Ich meine, das war eine tolle Welt! Oh, ein Rutsch! 28! Dann würde ich schritte gescheißen werden und... Dann würde ich schritte gescheißen werden! Ja... Wollen wir mal gucken, ob die Büffeln noch da sind... Äh, die Büffeln sind... Äh, die Büffeln sind... Äh, die Büffeln sind... Denk dich, da gibt mir was für'n fucking Stahl! Äh, die Büffeln sind... Äh, die Büffeln sind... Äh, die Büffeln sind... Ja, hab sie! Ne, hab sie! Ne, hab sie! Sind noch da, sind bei mir! Oh, ne ganze Erde, ne ganze Erde! Die kriegen wir! Wenn du von links kommst, ist nicht von rechts! Dann muss ich... ...disamt treiben! ...disamt treiben! Ja, das ist gut! Ja, das ist gut! Ja! Und so weiter! 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 Wer nur so viel wie man essen kann... ...hams sind sie an Indianer gemacht... ...wär die amerikanischen Ureinwohlen gesetzt! Und so weiter! Hast du da noch ein Feld drauf? Ne, ich glaub nur eins! Ja! 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 Ja, das ist ein bisschen Sumpfgebiet! Das ist... ...problem hatte ich auch! Ja! Also ich hab hier mal... ...zwei Häute hingelegt einfach! Ja! 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 Ich hab.. Ja! Ich hab auch eine schöne Schleife! Du bist nicht nur in die Schleife! Äh! Ich hab da nicht so... Wie funktioniert das auch! Ja! Das war ich noch nie! Ja! Oder hast du mal eine Gitarre heute? Nein. Ja, von zwei Körner haben wir liegen, oder die werden wir jetzt nicht nur noch drücken, also mit zwei. Hier liegen noch, äh, nördlich von, äh, also in meiner Blickkichtung liegt noch einer. Oder kam ich von dem, ne, von dem kam ich, sorry. Kann auch sein, dass das andere Spiel da irgendwie geklaut hat. Oder in meiner Zeit würden sie ja irgendwo gehört hier rumliegen, oder? Ja, aber wenn ich da nicht kenne, soll ich aber scheinbar müssen. Aber ich schweig von dir. Okay. Ach komm schon! Ist jetzt nicht fucking wahr! Habe ich mein Vögel wenigstens fallen lassen? Müsst du da irgendwie auf dem Minifahrer zu sehen, ne? Nee, du musst doch eigentlich was selber. Das regt mich so auf, ey. Da ist der Ammerstlück und da ist vier Wiesens erregt, und... Aber ich hätte es alle liegen lassen sollen. Abrund dir auch nichts, könntest du einmal ein Satzverfahren und dein selber tragen. Es gibt keinen Auszug dafür, wie ich das im Kurs sehe. Wenn du das, was das jetzt noch nicht wäre. Damit was übrigens, ich bin nicht so, ja. Mach. 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 Oh, höchstens das Lager unterrichten, ist ja logisch, gibt's halt ein Lager abgebaute, der Panner, die Stimmung ist ja kein Pferde zu flügen, wie du rufen kannst, das habe ich die Schindmeere über den Rufen und so gehe ich gerade. Was machst du? Ich hoffe, es ist noch einmal ein Krieg vielleicht. Was machst du? Was machst du? Oh nein, das ist wieder da. Warum? Achso. Ja, ich finde es hier vielleicht. das ist ein Schleswig-Holstein Ach, ich bin bei dieser Tarnita rausgekommen. Ach, ich bin bei dieser Tarnita rausgekommen. Ich bin bei dieser Tarnita rausgekommen. Ich habe die Tarnita rausgekommen. Ich bin bei dieser Tarnita rausgekommen. Das geht fast. Ah, Ole Gunnar. Ach, Ole Gunnar. Was ist denn da, Ole Gunnar? Nee, warte, ich muss jetzt wieder hin. Keine Umgebung. Ich bin in keiner Mission. Ach so, ich habe den Tropen noch nicht gekündigt. So ein Tropen hast du da drüben. Caput! Ab 81. Ab 62. Bar 80. Ab 29. Okay. Was ist denn? Da hast du die... Boah, die eine Königin... Ne, König der Schwerter... Die Heroikarte gibt 13, oder? Nein. Was? 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 Da müssen wir nochmal googeln, ob das Set an sich dann... äh... Gustav mehr bringt. Ja, es ist nicht so nett, so fast. I would pay more for the whole set. Ja, ach so, ok. Quasi noch einen Bonus dazu. Zum eigenen Kartenwert. Ja, und dann ist es der gesamte Welt der Mürstensite. Aha. Ja... Ja... Pfff... Das geht jetzt nicht mal, wenn du nicht mehr darauf hingewiesen bist. Ja... 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 ... Ja... ... ... ... Ich will jetzt nicht sammeln. Willst du mich wieder verarschen? Ach so, direkt bereits zu meinem Knall. A-A-A-T Okay... Der hat euch gebt hier, das ihnen fröhliche. Was? Vielen Dank. Willkommen. Okay. Willkommen. Scheiße meine Ölze... Äh... Auslaufen. Shit. Ich muss jetzt essen oder... Ich muss laufen. Bist du in dem Herney? Ja. 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 Ich bin am weglaufen. Nachher stolper ich. Ja. Verdammt weit weg. Ah, komm, das ist ein scheiß Wolf. Ich glaube, er hat mich verloren. Und das Pferd auch irgendwann mal. Ja, der Querfeld ein halt. Im Wald. Ich wollte es halt ins Lager schaffen, bevor der mich erreicht. Das war mir ein schöner Kopf, okay. Der war hoch im Bank, weil der hatte schon das Outfit für den Hohenwagen. Ich habe gewartet, nachdem ich meine Waffen gezogen werde. Ich bin froh, das suche ich jetzt auch nicht. Ich rei zum Lager, habe ich doch gesagt. Ja, aber das ist ja die letzte Schrecke. Ja, warum suchst du denn mich? Rei auch zum Lager. Ja, weil ich doch zu dir sollte. Ja, weil du im Pferd, also ich habe gesagt, ich habe zum Pferd. Weil du schneller bist mit dem Pferd, also dann verfolgt er mich nicht mehr. Ja. Ja, das sind alles meine Schuldes da. Du brauchst keine Blut. Es ist zwar behäbig, aber es ist... Es ist keine behinderte Scheiße. Ja, ich würde das doch fressen, du Scheiße. Danke. Alter, wo ist das Lager? Ach ja, ich glaube, da ist außen noch. Ich bin fast im Lager. Ja, ich glaube, das ist fast im Lager. Ja, ich glaube, das ist fast im Lager. Ja, ich glaube, das ist fast im Lager. Ich glaube, das ist fast im Lager. Ich weiß, dass das Biesenfeld auch weg ist. Ja. Leider der Fälle 50 mal geschocht ist, und jetzt was dann einfach weg ist schon lorsqu' ich raus. Was denn scheiß. So ein dreckiger Scheiß. Ich stehe mal vor, du willst so kurz vorgefliegen, willst du bei GTA? Wenn ich so durchs Geld esse, finde ich schon nicht schwer. Ne. Ich werde gerade den Metzgarten für zu teuer und kalt zu machen. Ich würde einfach von Ihnen schnell auf den Gemüt jetzt reißen. So, das kam. Okay. 105 Dollars sind die Warenwerte. Also sprich, 250. Echt? Dann würde ich gemächlich richten Lagerrein und den Herrführer, weil wir haben die bereits Frank gewiss. Ja, es ist ja gar nicht vorbei. Ich bin schon tausend. Das war mit meinem Huren. Dreckst Fotz und Pferd gestoppt. Ach so. Das ist ja gar nicht so zum Töten. Da ist noch die Produktion zu schaden. Ich werde mit dem Computer verpassen. Nicht nur eine Stunde, das ist nie. Computer? Was ist ein englisches Vollblut? Vollblut. Das englische Vollblut, bezeichnet dabei speziell für den gewerblichen Sport, ist die die zugekehrte Rassensilgruppe der Vollblüter. Genau. Feuer und Scheiße. Das ist leider Scheiße. Feuer und Scheiße. Es geht trotzdem gut, aber wenn du mit Abwechseln schießt, dann ist die vollbereitig. Das ist eine vollbereitige Gehörung mit dem Zweikorl. Ich glaube trotzdem gut brauchen. Hehehe. Ich finde, die Leute, die ja nicht die Gehörungen auch mal darüber angekommen, dann würde ich auch mal noch irgendwas brauchen. Ich musste ja auch fast mit den Gestein her wurden, wie die Katastrophe den Vater-Piefel in der Stur-Stelle war, weil er zum Glück auf seine eigene Kack-Sack-Beine ist. Hahahaha. Wenn du nicht so schön reinsteigst, das ist immer so geil. Nein, das nervt mich immer. Ich sage, dass du nachher so ein Geschenk an den Ponywein zischst. Ja. In den zu blühen sind die für ihre eigene schlachsige, dünne Weine. Ich hoffe, dass du aus deinem Scheiß die Geschenk hast. Tja. Das dünnste Pferd ist überhaupt, gibt es wieder auf seinem Geschenk. Oh, ich habe so viel Eschgeld bezahlt. Scheiße. Aber die Katastrophe ist hinten ja dann noch unverlässiger. Das stimmt, Schiss. Nicht so oft gesteuert. Ich höre was galoppieren. Ja, ich. Das bist du. Mein 3 Sterne. Ich fahr zu viel Unglücknis. Und schätze sie in den Paarisch. Und still connect. Hahahaha. Ich fahr zu viel. Ich fahr zu viel. Ich fahr zu viel. Ich fahr zu viel. Sagt Alex der den Ort, wenn man sich nach der Temperatur fragt. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Verblöd eigentlich. Wow. Wow. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir jagen. Hallo, ich bin nicht rumgelaufen. Dazu bin ich mir. Ich bin nicht rumgelaufen. Da ist ein Bison. Aber es ist nicht perfekt. Oh. 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 Das heißt so, äh, 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 Feuerzeug. Das ist der kalt so. Bitte? Okay. All right. Supplies, you're looking healthy right now. Kannst du die Ehre auch kaufen oder spenden? Bitte? Könntest du die Ehre auch spenden oder dann aber verkaufen, dass du das so brauchst? Nee, ich habe nur zwei von jeder Sorte. Äh, ewig auf, weil es in der Höhre war, weil es so viel Spaß gibt. Ja. Mehr als zwei, äh, gebe ich ihm ab. Ja. Ja. Wir haben ja auch nur zehn viele eigentlich. Nö, zehn kann man ja sammeln. Und so viele hatte ich bis jetzt noch nie. Als auf jedes Sorte. So. Ah, ich glaube mein Pferd ist... Ja. 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 Warte, ich sage mal... ...ein... Ich glaube sie kann jetzt auch... ...wass... ...wass... ...was? Was? Im fucking ernst... ...ja, ruft rein, das ist nicht schlecht. Ja, ruf dich ein, das ist nicht schlecht ab. Ja, ich bin ich an der andere Seite. Angere Profile... Sie schneiden auch Boah, die Clown ist ja echt Ja ja Achtung, wir kommen ein Gib ein Geht 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 Judge Was ist denn was ist das denn? Was haben wir denn mit dem guten Korn eigentlich? Ah, eigentlich. Wenn man nicht da ist. Ja. Da wurde geteilt. Ich glaube, das ist jetzt wirklich so gut, ich habe die Geburt. Warte, den sind doch auch ein Spocker, also perfekt. Oh, das ist noch ein normales Korn. Oh, das ist noch ein normales Korn. Oh. Bode was? Boah, das haben wir gerade gut im Wald gefühlt. Ach so, ok. Ja klar, gute Wahl für den Schneller. Krips heilen. Ah, ok. Krips geheilt. Was? Ich konnte ihn heilen mit B. Das ist so kreisig. Ne, aber die gleiche ist es. Jetzt steht er da und kaut er. Alter. Alter. Krips. Kripssepschen. Boah, das sind jetzt irgendwie falsch aus. Ja. Ja. Krips. Und Krips. Und Krips. Hehehe. Hehehe. Reicht nicht bei dir was schon eigentlich terminieren. Ist schon mal was zu fühlen. Krips. Geh weh. Äh, ne. Du durchst nicht die Klappen. Was? Was ist denn an der Leben mit deinem Kinoos? Weiß nicht. Du hast die Stoffe getroffen. Oh. Hehehe. Aber du hast nicht gebrannt. Ja. Aber du hast nicht gebrannt. Aber du hast nicht gebrannt. Aber du hast nicht gebrannt. Ja. Jetzt sind wir zu gestreikt. Picobello. Hehehe. Hehehe. Das fällt fast. Hallo Klappkrischen Meere. Eigentlich brauchen wir gar kein eigenes Pferd. Es klappkrischen. Reicht völlig aus. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Das war's für heute. Ah, das war's für heute. Mein Einheimkissen! Ja, viel besser. Pferd ist auch kacken. Ist das jetzt auch belastet. Wo schießt ihr hier aus? Ist das da wild? Was? Ich würde versuchen nach wild, weil ich habe jetzt mein Vormindgewehr gelöst, das heißt. Das schält, das Fell nicht so ist eigentlich nur für die Jagd. Das sind die Patronen, die sind da drüge noch. Projektile. Ja. 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 Oh, schick! Da ist Pferd. Heißt wie? Heißt wie? Das ist mein Kopfhörgerbeton. Ah, cool. Mit Zopf. Ja. 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 Da ist ein Feld da unten. Hehehe. Der Feld da unten. Hehehe. Oh ne, das ist ein Wildpferd. Oder kein Wildpferd, aber... Auf jeden Fall kein Wild. So. He. So ist es halt. An welchem Wasser? Ach da. Ist es ja noch einer zufällig? Ne. Oh nein. Ah doch da hinten. Da hinten läuft was ja. Ach nee, jetzt ist sie ja noch da. Läuft, klaff mehr als in der Erde. Läuft, klaff mehr als in der Erde. Ach weiße Wilder. Sieht ja auch mehr nach der Schuhe aus. Egal. Hier geht ja gar nicht nur Schraub dran. Ne. Krall. Wieso? Ja. Fah am Ende ist es in De in De in Du. Ich bin wirklich hilfreich. Aber da ist nur eine Schwul! Das ist ein Leben vor, au pourquoi nicht? Das ist eigentlich gut, werden wir ein Einsatz von De in The Arena unsieren. Ja, aber soMike. Das préc gang und er hat sichoh Pangil auf. Die hat nur noch überrascht. Aber doch aёт dran. Ja da ist es gut. Oh Bessent. Wie lebsen. Ach, f*** ich doch, du dummes Pferd! Bist du bei mir denn, ey? Weil die dich vom Pferd gefallen würden, die laufen jetzt alle weg. Ja... Das ist ein... ...webliches Biesengu. Biesengu quasi. Ja... Heute am besten selber die Biesengen, wenn ich dir welche begegne. Kleinen Weg. Die liegt da in Frage? Ja. Jetzt hab ich die Scheiße. Ne, ich frag mal nichts. Einen guten? Hm? Ja. Ich weiß nicht, wie das ist. Bädels gehen, aber... Ich weiß nicht, wie das ist. Wir sind das, wie das Geld ist. Ganz ehrlich, dass du das Geld verdient hast? E significa... Okay... Ich bin doch nicht gleich gefreut. Tsk, 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 tsk. Meine Zeit ist ein Deiner. Vielleicht haben wir das Fass voll. Wir haben die Wagen-Kapazität. Sechs Waren. Muss man machen, bitte. Nerven bisschen, dass das Pferd gestolpert ist. Worüber auch immer. So muss es sein. Mein Pferd wird gerade nervös. Weiß nicht. Ich stolper halt über den Biesen. Alter. Jetzt haben wir aber schon oft Biesen gefunden. Oh. Alter, was du das freitest magst. Alter, was du das freitest magst. Ach. Dass er das nicht in Rassel kriegen können muss. Beste Pferd kriegst du in Rassel fängst. Und dann... ...ein Messer schließt. Okay. Warte. 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 Was bringt's mir, wo ich das Tier durchzieben muss, und 14 Kugeln brauche? Da könnt' sie noch so dünn sein, denn äh... Mach ich irgendwo mit dem Bolt-Action-Ding ein Headshot, dann hab ich besseres Fall. Von wegen, das ist das Ideal zum Jagen. Ein Scheiß ist das Ideal zum Jagen. Ich kann mir die Zellen wieder ausprobieren. Die Scheiß kriegst du noch Gewehr. Computer, wie macht der Fuchs? Wie macht der Fuchs? Okay, dann müssen wir das aufhören. Fuchs ist ja da, perfekt. Oh, es gibt echt vier, wir beiden. Oh, es ist perfekt, es ist auch abgelübt. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Na, ja, ich bin auch da drüben. Ja, ich gucke was ich mache, aber allein den Dings habe ich keinen Bock. Alleine, ja, da wollten wir eigentlich noch, bis die Kugel. Okay. Oh. An einem Rundi. Piccolo Bello. Oh. Oh. Hahah. Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020